Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Noch mal ein kurzes Update zu dem Diorama für die Elefanten. Das hier ist ja meine Konzeptzeichnung. Die habe ich im letzten Video schon gezeigt. Und jetzt machen wir mal einen Riesensprung. Und das hier ist tatsächlich das, was ich bis jetzt habe, aus Gips gemacht. Ja, der Reihe nach. Ich hatte ja dieses Video gemacht, ein Diorama für Elefanten, das ich dann für den guten Zweck versteigern will. Das waren die beiden Elefanten. Und da wurde sich ja entschieden, dass es asiatische Elefanten sein soll. Dann wurde entschieden, es geht um Dschungel und um Dschungelpalast. Da hatte ich die Idee, links so ein bisschen Dschungel, rechts so ein bisschen Palast. Und ja, orientiert habe ich mich an wilden Elefanten, wie ich sie zum Beispiel hier gesehen habe im Kaudula-Nationalpark in Sri Lanka. Und an meinen Erlebnissen in Indien, in Jaipur, wie das zum Beispiel auf diesem Foto zu sehen ist. Und so soll hier links das erste Foto so ein bisschen nachgestellt sein und rechts das zweite Foto. Ich hatte bereits gezeigt, dass ich Materialien verwendet habe. Also Pappe, einmal ein Stück von einem Eierkarton und dann von einem Verpackungskarton, wo ich die Felsen und den Tempel mit modelliert habe aus Gips auf einer Pappplatte, die ich auch schon mit Gips ausgelegt hatte. Und mit einem Filztuch, mit einem roten Filztuch, habe ich so einen Umhang, so eine Decke für einen der beiden Elefanten ausgeschnitten. Das soll dann ein Reitelefant sein. Ich habe auch etwas Material gekauft, etwas Pflanzen für diese Dschungelwelt. Und bei der Gelegenheit habe ich gleich auch noch zwei kleine Dinosaurier gekauft, um dann für die Dinosaurierfreunde auch noch ein Dinosaurier-Diorama zu machen. Aber erstmal bleiben wir jetzt beim Elefanten. Ja, und so sieht es bis jetzt aus. Man sieht hier links also die Felsenwand und den Urwaldbaum, den abgebrochenen. Der sieht viel schiever aus auf dem Foto, als er in Wirklichkeit ist. Das liegt, glaube ich, am Zoom. Und auf der rechten Seite, da soll eben dieser Tempel sein, der ein bisschen an den Amberford-Tempel in Indien angelegt ist. Und dann mit so einer geraden, glatten Mauer und nicht mit so einer Felsmauer, wie auf der linken Seite. Also das steht jetzt im Bad, damit der Gips trocknen kann. Und dann, ich hatte das bei einem anderen Toy-Stand gesehen, zugegebenerweise. Dieses Diorama war für Dinosaurier auf einem anderen YouTube-Kanal. Und da habe ich gesehen, dass im Hintergrund so ein großes Foto war, um die Tiefe dann mit einem Foto darzustellen. Und da hatte ich mir überlegt, ich habe jetzt diese Felswand und diese Tempelwand, aber vielleicht oberhalb dieser Wände. Deshalb habe ich hier auf diese Pappe diesen Strich eingezeichnet, wie hoch die Felsenwand geht. Und da drüber würde ich dann zwei Fotos positionieren. Einmal das Dschungelfoto, das ich auch als Vorbild genommen hatte, das ich selber in Sri Lanka aufgenommen habe. Und einmal das Amberford Palace, das Jaipur-Foto aus Indien, auf dem ich drauf bin, das von mir aufgenommen wurde, wo ich da in Indien war. Also diese beiden Fotos, die würde ich dann oberhalb im Hintergrund noch so anbringen wollen. Als nächstes, wenn das jetzt getrocknet ist, muss ich es natürlich anmalen und ich muss noch die Pflanzen aufkleben und so weiter. Aber das muss jetzt erstmal mindestens 24 Stunden richtig trocknen. Und ja, ursprünglich hatte ich vor, dass ich während ich das bastel auch mal filme, aber die Hände waren sowas von Gips verklebt. Also ich hätte da mit meinem Fingerabdruck und so weiter A, gar nicht das Handy aktivieren können und B, wäre mein ganzes Handy mit Gips verschmiert worden. Das hätte ich danach wahrscheinlich wegschmeißen können. Soviel von mir für den Augenblick und dann geht es in ein paar Tagen weiter, wenn ich beim Anmalen bin oder vielleicht sogar schon mit dem Anmalen fertig bin. Ja, und jetzt habe ich noch einen kleinen Videotipp von einem älteren Video von mir. Und zwar, früher war alles besser in der Elefantenhaltung. Stimmt das wirklich? Und was ist damit gemeint? Was war früher? In der Elefantenhaltung besser. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, der sollte unbedingt reinschauen. Eine absolute Empfehlung von mir, eines meiner Lieblingsvideos.